Boah Leute, was geht? Ich bin's wieder, also es ist eigentlich 1-2-1. Mit mir sind wie immer der Erinas, der Emo, und unser lieber Loki-Wox. Oh, guck mal da, wer ist denn rot? Oh, das hält er mir jetzt direkt rein, glaube ich, oder? Boah, du hast... kein Baseball-Schläger. Keine Ahnung, wie gesagt, das ist... Zerstörungsmodus. Keine Ahnung, wie das jetzt hier läuft. Dann zerstören wir dich. So, und er hat eigentlich sechs. First Blood, bitches. Wenn er nicht First Blood mag. Ist sie dann immer noch ein Kind? Boah. Boah. Oh, sheesh. Der hat das übertreibt gerade. Ja, jetzt übertreibt er das weiter. Explosions, NOOOOO! Fuck. Oh, nein, Peter, nein, Peter! Peter! Der Typ will sterben. Der Typ will sterben. Der Typ will sterben. Wer sagt ihr, das könnt ihr tun? So was können wir denn schönes einkaufen. Ja, hol dir doch das Item da vorne. Ja, helf ihm noch, du Idiot. So, das passt... Ja, das war... Sollt ihr schon wieder an euch gegen mich zu verbünden? Ja... Langmaßig. Ach was. Ich hab's einfach nur vergessen in dem Moment. Hallo, wieso verbünden? Ich hab dein erstes Minion gekillt. Äh, wo haben wir noch Minion? Ich hab gar keine Ahnung, wer blau ist. Bewege dich an, ich schreibe dich irgendwann und du bist tot. Okay, oh cool. Oh shit. Ich mein, hey. Oh, ich wollte schon immer wissen, was das für ein Teil ist. Das ist das Schlimmste von dir, weil er dich immer heilt. Was macht das jetzt? Okay. Du hast mich gerade gepitzelt. Knockout. Was macht das? Eine Runde gestunt oder so bestimmt. Keine Ahnung. Ah, great. Der kann das mit dem Charakter deines Spielens. Ich hoffe es doch. Müssen jetzt alle bei dem das machen so. Fuck, kann er mit dem ersten Charakter nicht mehr spielen. Wieso willst du mal Nubinas-Killer, Mann? Das ist gegen... Nubinas und dann Erina. Es hat besser eine große Bung sein. Wenn du da drüber gegangen hättest, vielleicht geschafft sie ihn zu kriegen. Wow, das sah merkwürdig aus. Die linke Seite ist steiler, dann hätte er da runterrutschen können und die linke Seite war tiefer. Ah, die rechte Seite, sorry. Hm, du deine linke Rechschwäche. Guck mal, du musst dich nur anpoken. Dann macht dich händrischen Angreifen, oder? Warum denn nur anpoken? Ja, gut. Du brauchst noch eine. Oh, Moment mal. Stell mir vor, du hast eine Senskraft, eine Senselbau. Du meinst ja privat. Hm, Logi, du erinnerst mich an. Du hast doch mal so eine Senserie gehabt, die war so am Leuchten. Ich habe keine Ahnung, wo ich weiter gemacht habe. Ich habe keinen Blassen. Nein, acht, sieben. Das wollte ich erreichen. Wann hast du da für lange überlegt? Du wirst meine Leben verlieren. Oh, hi. Ah, shit. Hm, naja, aber er wird da unten stehen bleiben. I demand that it hits you. Langsam, aber verritten. Geh es für mich, Daddy. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Weißt du auch, was ich tue? Ja, kannst mir denken. Son of a bitch. I hate the cold. Kommst nicht so. What? Son of a bitch, Alter. Son of a bitch. Goodbye. Boah, sauberer Strategie. Son of a little bitch, Alter. Ich soll nicht auf die Ziele fahren. We love to entertain you and we love to kill him. Ja, we love to entertain you and we love to kill him. Ah, das war schlau, ne? Thank you! Ich finde es was anderes. Guck dir den Penner an, ne? Guck dir den vertickten Penner an. Guck mal, was er jetzt mit uns macht. Ich rieche eine Holy. Ich rieche was Schlimmeres. Cool. What the fuck? Wenn der sich da durchgearbeitet hat. Ich bin überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass ihr jetzt umdreht oder so, aber, ne? So in so einer Rundung. Wir fangen wieder mit dem Scheiß an, Leute. Banane! Oh nein. Nerf! Jawoll! Es tut mir leid, ein Soldat. Der Loki-Hunter ist ja exterminiert. Wo ist der Loki-Hunter? Oh, da unten. Zwei Kästen. Wir geben ihnen doch Tipps. Ja, er hol dir die. Ja, ja, schieß, schieß. Oh, hast du Glück gehabt? Hast du den Glück gehabt? Ja, das ist ein trauriger Tag für mich. Ich habe überhaupt, die würde ihn abknallen, aber leider. Ich habe wirklich gehofft damit. So wäre er noch sicher. Aber das ist er nicht. Oh, Mann. Was ist das? Oh, fuck. Ruhe gewesen. Danke. Das war echt sauber. Kacke, Alter. Wie war das nochmal? Wie geht einer nur auf ihn? Ich gebe euch gar keine Chance. Ich rotte jetzt einfach rein aus. So denkst du euch mit dem Nächsten. Wunder dich nicht, wenn du im nächsten Game-First-Target bist. Wunder dich nicht. Du bist so ein Bastard, weißt du das? Du bist so ein Bastard, weißt du das? Ready? Moved. Ja, Leute. Ich bin mal auf Kazan so lange, ne? Genieß das Match noch, Leute. Wir sehen uns später. Ich bin mir mal auf der Stelle. Ich bin mal auf der Stelle. Ach, ich bin mal auf der Stelle! Einfach eiskalt da stehen bleiben! BOMM! Überleben! Loser! Fahre! Ich will mehr Fahre! Ich ist die horizontalismar. Hm? Ich ist die horizontalismar. Oh? Ich muss mich auf der Stelle wieder raus ... Du? Cool wäre es, wenn er jetzt ne Fehlfunktion hätte und auch auf dich gehen würde, oder was? Ja. Wow! Hut! Oh Mann. Oh Mann. Excellent! Tu mich kaputt! Lacka, hätte dich noch erwischen müssen. Es ist nett. Komm an, Daddy! Ja, links kann es gut aus. Oho! Entschuldigung! Geh weg! Wow! Du darfst nicht das wieder machen! Lass mich allein! Räuch! Hm. Brutzeln in Frieden, Nekab. Do something! Oder? Kann ich gerade so wenig entscheiden? Ah, never dead, ja. Boom! Goodbye! Hey! I shall be talking to you again! Badaboom steht da noch drauf! Wäre schön gewesen! Get it for me, Daddy! Oh not? Hehehehe. Oh boy. Da. Don RappVI! Ich will sie alle! Irgendwelche letzten Worte? Ähm, bitte nicht? Steven schreit! Jetzt schwimmen! Ich hätte sagen müssen, wach da noch 5 Sekunden, ich überleg mir was! Hallo! Was hast du Penner gekauscht? Oh shit! Wie funktioniert der Teletausch? Weiß ich nicht! Come on in! Ich denke mal, du visierst einen von meinen Würmern an und dann... Ah ne, du kannst mit einem von... Hä? Ah, ist der Kacke! Hooray! Scheiße! Ich hab versucht mal schnell ein Ziel zu treffen... ...mit irgendwie... ...schönen Bomben oder was aber leider... Das ist der Kacke, ich dachte ich könnte den Teletausch mit einem von deinen... Ja, hab ich aber auch gedacht... Okay... Gut, dass ich nur 10 Münzen dafür ausgegeben hab... Ich hab nicht Zeit für das... Ja! Oh nein! Oh nein, ich steck fest! Oh nein! Ja, wir müssen die letzte Runde abseilen, aber ansonsten... Was zum... Ja! Geil! Wir sind so kurz für die Runde, wo ich das gerade irgendwie springen gekriegt hab... Ja... Verdammt! Yes, Sir! Wie sieht's denn da unten so aus, hm? Nein! Nein! Ich hab gedacht, ich schaff das! Aber ich hätte einen normalen Sprung machen müssen! Kacke! Ich hab einen Doppelstrung gemacht! Oh nein, Alter! Oh nein, Alter! Suizidal! Ich schock! Ah, mit dem kann ich nichts anfangen! Ja, Münzen unten einsammeln gehen! Ah doch, keine Wohl! Weil was? Ja, Münzen! Ich mit so Whisky! Komm! Du hast eh noch genug! Du hast noch genug Kisten die ganze Zeit bei dir ist! Du hast noch genug Kisten die ganze Zeit bei dir ist! Ich bin auf! Ich bin auf! Fah! Ich bin auf! Fah! Das ist besser! Woh! Ja! Nein! Ah! Woh! Was machst du denn? Keine Ahnung! Das habe ich kaum Schaden gekriegt, aber... Sie ist auch kacke gerade! Oh ja, das habe ich jetzt gebraucht. Wo ist mein Wurm? Da, mit mir in Wasser. Verdammt. Ja, ja, ja! Zu easy. Decker ist zu easy. Troste würde ich machen. Ach shit. Kalkulier ist richtig. Ansonsten überlebe ich. Gut genutzt. Gut genutzt. Das ist er, fertig. Was ist mit dir? Du bist mit dir? Ich habe zwei Möglichkeiten dich zu töten. Ja, ja, nein. Ich glaube ich nehme die coolere Variante. Kannst du die lenken? Ja. Du kannst die lenken. Wie kann man lenken? Wie kann man lenken? Wie kann man die lenken? Wie kann man die lenken? Weil man die lenken kann. Wie? Die Pfeiltasten? Ja, ja. Wie kann man das? Wie kann man das? Wie kann man das? Wie kann man die nur auf eins gestellt haben? Ja. Danke fürs Zusehen Leute. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt. WeBorn, Leute, was geht? Ich bin für eure Soikwantuan, mit mir sind eh Nobinos, Erenaus, whatever you want, oder Emo, und Loki Rocks. Wir spielen wieder eine Runde Warms to Revolution. Letztes Mal gesehen, dass ich gewonnen habe, es war fantastisch. Scheiße, Erenaus. Wird der scheiß Loki sein? Oder will jetzt ich sein, der Pro, Natsu, der bis jetzt sieben Match gebändet hat? Außer eins. Was machst du? Weiß ich mich.